Den hast du gleich zu lesen. Mahlverbot, Berufsverbot, Essverbot, Trinkverbot. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Mich haben sie beauftragt, das Mahlverbot zu überwachen. Es kann nicht immer klappen. Nicht jede Verfilmung eines großen oder wichtigen Buches kann gelingen. Trotzdem ist es ziemlich bitter zu sehen, auf welche biedere Weise die Verfilmung von Deutschstunde von Siegfried Lenz durch Christian Schwochow misslungen ist. Es gibt zwei Aspekte, aus denen man diesen Film betrachten kann. Der eine ist ein mehr äußerlicher, der andere ein innerer. Und beide tragen zu der Enttäuschung bei, die dieser Film bringt. Der äußerliche Gesichtspunkt ist der Fall Emil Nolde. Lenzens Roman ist 1969 erschienen und schon damals war klar, dass die eine seiner beiden haupterwachsenen Figuren in diesem Film, der Maler Max Ludwig Nansen, nachdem Maler Emil Nolde, nach dem Vorbild des historischen Malers Emil Nolde gebildet war, der damals noch, obwohl man es auch hätte besser wissen können, als vom Nationalsozialismus verfolgter, mit Berufsverbot belegter, was auch stimmte, und ansonsten lupenrein oppositioneller Künstler galt. Inzwischen weiß man, dass Nolde ein waschechter Antisemit und bis zum Schluss überzeugter Nationalsozialist war. Und der Film zeigt davon gar nichts. Im Gegenteil, er tut so, als könnte man über dieses Buch reden und dieses Buch zeigen, umsetzen, ohne über Nolde zu sprechen, und er entwirft eine Malerfigur, die ganz anders ist, nämlich irgendwie flippiger, heutiger, nonkonformistischer, als selbst Lenz sie gezeichnet hat. Gemäß dem Gesetz über die Einziehung von Erzeugnissen entarteter Kunst teilen wir Ihnen mit, dass alle Bilder der letzten fünf Jahre beschlagnahmt werden. Das ist der eine Aspekt dieses Films, der andere betrifft die Art, wie die beiden Erwachsenen und der Junge zwischen ihnen, also der Maler Nansen, der Dorfpolizist Jebsen und sein zehnjähriger Sohn Siggi, der die eigentliche Hauptfigur der Erzählung ist, gezeichnet sind. So, der ist für die Umrisse und dann kümmern wir uns um die Farben. In Lenzens Geschichte und auch schon in der ersten Fernsehverfilmung von 1971 sind diese beiden Erwachsenen ziemlich ähnlich. Sie sind Jugendfreunde und sie haben sozusagen äußerlich wenig Unterscheidung, außer dass der eine, und das ist der Punkt des Buches, ein Verfolgter der Reichskunstkammer ist und der andere derjenige, der diese Verfolgung, dieses Verdikt durchführen soll. Eben das sogenannte Malverbot. Bei Christian Schwochow nun ist es so, dass man von Anfang an sieht, dass diese beiden aus ganz verschiedenen Welten stammen. Der eine der korrekt in Uniform gekleidete Nazi, der andere der Maler, gespielt von Tobias Moretti, das geborene Opfer. Der Oppositionelle, der Verfolgte. Das heißt, der Film zeigt gar nicht die Verwandtschaft dieser beiden Erwachsenen, die erst durch die politischen Ereignisse zerstört wird, unterbrochen wird und erst dadurch eine Situation herbeigeführt wird, in der der Junge sich entscheiden muss zwischen beiden. Wollen wir zusammen malen? Darfst du dir aber niemandem verraten? Versprichst du mir das? Und indem er diesen inneren Konflikt des Jungen sozusagen schon optisch auflöst, lässt er ihn gar nicht mehr zu und die ganze Spannung der Geschichte verflüchtigt sich. Wir haben es also, um es kurz zu sagen, doch wieder mit einem sehr typischen, ordentlichen, gut aussehenden und spannungsarmen deutschen Kostümfilm zu tun. Und das ist vielleicht die ernüchterndste Bilanz, die man nach Deutschstunde ziehen kann. Untertitelung des ZDF, 2020